Fernsehgeschichte geschrieben Regisseur von Südow ist tot Seine Arbeiten sind fester Bestandteil der westdeutschen Nachkriegs-TV-Geschichte, mit etliche Tatorte oder die Serie Zwei Münchner in Hamburg erreichte Regisseur Rolf von Südow ein Millionenpublikum. Kurz vor einem 95. Geburtstag starb der nun in Berlin. Der Regisseur Rolf von Südow ist kurz vor seinem 95. Geburtstag gestorben. Er sei am Sonntag in Berlin gestorben, sagte seine Frau Cézanne von Südow. Er galt als einer der großen Unterhaltungsregisseure der deutschen Nachkriegszeit. Am morgigen Dienstag wäre der Schöpfer von zahlreichen Pilcher-Verfilmungen und Tatorten 95 Jahre alt geworden. Von Südow war auf kein einzelnes Genre festgelegt und ausgesprochen produktiv. Er inszenierte Klassiker fürs Theater genauso wie straßenfähiger fürs Fernsehen. Ein Millionenpublikum hatten zum Beispiel seine mehr als ein Dutzend Verfilmungen der Liebesromane von Rosamunde Pilcher. Ob Tatort oder Zwei Münchner in Hamburg, von Südow traf immer wieder den Zeitgeist. Neben Film und Fernsehen konnte der Regisseur auch Kabarett und Hörspielen viel abgewinnen. Seine Leidenschaft fürs Theater entdeckte von Südow in kanadischer Kriegsgefangenschaft und als Mitglied der Traveling-Sier der Truppe Offenka. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er als Schauspieler, Regieassistent, freier Regisseur sowie als Leiter des Fernsehspiels beim Südwestfunk und beim saarländischen Rundfunk. Fürs Theater hat er etwa Shakespeare's Wie es euch gefällt an den städtischen Bühnen Dortmund und Googles Revisor im Schauspielhaus Zürich inszeniert. Gelebt hat von Südow in Baden-Baden und Berlin. Seit den 80er Jahren war er mit seiner Frau Susanne verheiratet, für ihn war es die dritte Ehe. Mit fast Mitte 90 war von Südow zuletzt ein Pflegefall, der Kopf macht nicht mehr mit, nicht mehr mit.